Ich setze euch ein, was hast du bekommen? Eine Spitzhacken wird Unbreaking 3 und FNC 4 und die andere hat FNC 4, Unbreaking 3 und Fortune 2. Finde ich schlecht, dann bist du ja vorwärts zum Farmen. Kann ich die kombinieren? Für 19 Level habe ich dann FNC 5 und Fortune 2. Haben wir noch irgendwo ein Buch mit Fortune? Ich glaube nicht. Hatten wir jemals ein Buch mit Fortune? Ja. Echt? Haben wir noch Bücher da? Bücher, 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 Bücher. Du bist also stolz auf deine Spitzhacke, ne? Ja. Ich habe auch immer gerade verzaubert. Halferkeit 3, Effizienz 4. Hier. Ja. Gut. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Overdrive. Ah, du Wichser. Hättest du mir jetzt was anderes erwartet? Ein bisschen. Ah nicht viel. Echthaft. Haben wir noch irgendwo Bücher oder muss ich mir neue machen? Mach dir neue. Bist du dann vielleicht auch schon bereit zum heiteren Farmen? Jaaaa. Mach mir nur noch Bücher, damit ich meinen ganzen röstlichen Level wegbekomme. Wir haben keinen Zuckerraum. Hol Zuckerrohr. Kannst du wohl die Enderchester bauen? Ja. Kannst du. Oh Gott. Habe ich dabei. Leiter können hier bleiben. Ich nehme mal 10 Holzblöcke mit. Den einen? Den einen Holzblock willst du mitnehmen? Zehn. Achso. Zehn. Ich dachte nur den einen. Wieso haben wir einen Stack und 15 Rote Farbe? Weil du das mal umgecraftet hast. Du hast auf dein Mist gewachsen. Wollen wir nochmal vorsichtig, dass jeder einen Feuerresi-Tank mitnehmen oder erstmal aufbewahren? Ich werde ja auch aufbewahren. Warum ein Feuerresi-Tank? Verlare. Ja, ist ja gut. Kann man auch jetzt aufbewahren, wenn wir in der Hölle farmen. Ich schaue nochmal, ob da unten jetzt noch was an Mops gespawnt ist. Dann kann ich vielleicht nochmal kurz ähm... Ist es nicht. Was? Ist nichts unten gespawnt. Hast du gerade alles abgefarmt? Ja. Du kleiner Arschgriecher. Wird mal halt, wenn ich schon da unten die ganze Zeit arbeite. Ja, ich brauche nämlich nur ca. ein halbes Level, dann bin ich schon wieder 30. Ich wollte nochmal meine Axt verzaubern. Also ich bin dafür, dass wir ein bisschen zu wenig Labe sorgen. Hm, lass mich erfahren. Ich habe keinen mehr Mops gespawnt. Lol. Ich habe aus Versehen, statt den Sound vom Rollsatz zu muten, habe ich den Sound von Minecraft gemutet. Lol. Boah, jetzt fangen die dich herzhaft an draußen heul zu sägen. Alles klar. Wirst du bereit los zu gehen? Ja. Oh, warte. Jetzt kommt schon, kommt schon, kommt schon, der scheiß Viecher. Das ist nur noch ein viertel Level. Jetzt sind ja zwei Zombies gespawnt. Wieso kriegen die da oben Schaden? Irgendem Wasser. Du hast ja schon gut was weggesprengt, ne? Jaaaa. Wird sich aber hoffentlich noch ändern, Officer. Jetzt kommt schon. Ja, ja. Kommt runter und sterbt. Gebt eure Erfahrung. Hier. Siegfähig. Was denn? Wir sind zwar in einem Spiel, aber trotzdem, irgendwo hat das Spiel auch Grenzen. Oh, Zombie. Ja, ja. Alter, das ist ein Witz. Mir fehlt ein Pixel für Level 30. Haha. Tufe 30. Soll ich ein neues Schwert verzaube? Nee, komm. Schwert kann ich reparieren. Ich verzaube jetzt meine Axt. Ich hab drei Bücher mit FNC 2, äh, äh, mit FNC 1. Äh, ne, sechs Bücher hab ich damit. Ja, ich frag mir, äh, lohnt sich das jetzt eigentlich noch auf einen Rüstungsteil mal, äh, Fire Protection zu packen? Lohnt sich das noch? Äh, wenn du ganz hohes Fire Protection hast, kannst dann mit dem Lava schwimmen. Also einmal vier und du kannst den Lava schwimmen oder nur vier? Ähm, auf allen vier. Okay. Ich weiß nicht, ob sie einen Bug schon gefixt haben oder nicht. So, drei Labis. Lass einfach losgehen. Weiß Verzauberung. Ich hab auf der Dia Axt hab ich nur Effizienz 4. Dia Hacke? Ah, okay. Mal kurz. Ja. Die Axt. Ach, du hast ein Raking Bücher? Ja. Ich hab da welche bekommen. Ich hab da was. Da ist doch was. Hast du genug Fackeln dabei? Ja. Gut. Ich hab an ein halb sechs dabei. Du, 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 du. Okay. Ich muss dann irgendwann weitermachen. Ja, ja. Aber jetzt hast du die hier. Ja, ist doch schon mal was. Gut, wollen wir mal kurz schlafen und dann los? Hm. Ich hab aber keine Silk Touch Hacke. Ja, drauf geschissen. Du hast ja eine Fortune, ne? Ja. Und eine normale. Ja, da brauchst du schon mal die Kohle und so weiter mit Fortune ab. Essen hast du auch dabei? Ich tausch gleich nochmal um. Kommst du? Ja, ja. Wegen Essen. Wie ich tausch gehört. Ja, das wollte ich doch. Also das ist gleich. Wenn wir dann wiederkommen, ist der hier fertig. Dann brauchen wir nur noch Gold, Deer und Emerald. Ja. 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 In Gold sind wir schon gut dabei. Mhm. Was ist denn die Richtung dieses Mal? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 5 sind 25. Nochmal 25. Nochmal 25. Äh, 50. Dann haben wir minus 1, 49. Dann 9 dazu. Äh, 49, 58, 59. 59 Blöcke brauchen wir. Bist du fertig, Meister? Ja, ja. 59 Blöcke brauchen wir noch. Und das mal 9? Wie? Ja, wir brauchen ja 9 Barren pro Block. Ja. Also jetzt mal 9, ähm. 450, 981, ähm, 500, 531. 31, ja. So. Also heute Ende der Folge haben wir das. Wir haben jetzt noch 10 Minuten. 531 durch 64. Dürfen knapp 9 Stacks sein. 9 Stacks eisen. Ja. Die jetzt brauchen wir auch noch. Ambles auch. LOL. Möchte ich's wissen? LOL. Was sind die Blöcke dabei? Äh, Zwölf. Blattbretter und 10 Rohholz. Hast du da einen Schaufel dabei? Ja. Was ist das jetzt für ein schlechter Witz? Dann bauen wir das Village kurz ein, oder? Warte mal. Ja, was ist das für ein schlechter Witz? Ballhäuser. Und ein Bronn. Wow. Aber wir können ja auch Rottenflasche tauschen. und Wolle. Schweinefleisch kann man sagen. Also Wolle-Deal ist nicht schlecht. Fäden auch nicht, wenn wir bald den einen haben. Wir haben jetzt hier Wolle, Wolle, Wolle und Fäden und Schweinefleisch. Oh, das passt eigentlich. Wir müssen... Wir brauchen Blöcke. Wir brauchen Blöcke. Hier ist doch schon mal nach einer Höhle. Das ist jetzt ja perfekt. Dann haben wir ja nur noch auf sofort einen kürzeren Weg. Einen viel kürzeren. Hm. Was sagst du, wenn wir gleich in der Höhle sind? Wir finden wieder einen Minenschacht. Bitte nicht. Ja, aber jedes Mal, wenn wir in der Höhle gefunden haben, waren wir einen Minenschacht dabei. Ja. Mir ist mal nervt's. Wo bist'n du? Da und da. Bist'n du? Da und da. Bist'n du? Bist du immer noch in der Minenschacht? Ja. WTF? Wir sind fucking 500 Blöcke auseinander. Jo. War das nicht bis jetzt immer so? Hm. Gut, dass ich dabei gar nicht reingefallen bin. Okay, hier ist schon das Meer. Das ist nicht so gut. Du, 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 du. Ich glaube in die nächstbeste Höhle gehe ich jetzt einfach rein. Oh. Hallo, nächstbeste Höhle. Surprise, motherfucker. Also ich sage, in dieser Höhle finden wir den Reichsborner. Was sagst du? Minenschacht. Ja, der ist auf jeden Fall dabei. Alter, Villager irgendwo hinzuschieben ist die größte Qual. Oh, hallo, Zombie. Und setzt doch bitte hoch. Bitte. Ich weiß, was auch eben ne Qual war. Dich rumzuschieben, dass er in die Obsidian reinpasst. Ja, hau ab, du Sohn. Oh. Hallo, Skelett. Okay, hau. Hallo, Skelett-Spawner. Ne, ne, noch nicht. Hier ist mein Ende, aber wenn ich es richtig gesehen habe, war da ne Schlucht. Nein. Nein. Was? Keine Schlucht. Keine Schlucht. Was? Das heißt, es gibt viele Ärzte. Das ist ja krass Problem. Jetzt stell dich nicht so an, hör mal auf rum zu mimien. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ich hatte nur mal wieder 12 Stunden Schlaf, in tägliche Dosis. Unseren täglichen Schlaf gibt uns heute. Und vergibt uns unsere Levelerfahrten. Müdigkeit. Einmal kurz wieder mampfen. Also wenn du da gleich fertig bist, sagst du Bescheid. Soll ich da einfach zu mir porten? Nein. Oh. Ich kann nur gucken, ob das Dorf sicher ist. Ja, ist alles sicher. Sag mal Koordinaten. Ich bin bei minus 14200, minus 2800. Geht ja. 2800 und 14200. Vergiss es, ich komm wieder auf. Hölle Scheiße. Ich bin am Ende. LOL. Müsste ich dich ja eigentlich gleich hier sehen. Boah, das kann doch nicht alles sein. Hier muss doch irgendwo was sein. Komm schon. Ich seh dich. Hey, hier. Ha. Hier ist ein Durchgang. Oh. Ja. Äh, du hast mich gesehen, ne? Ja. Ich bin grad auf dem Weg zu dir. Hi. Hi. Und zwar genau. Hier. Geht die Hülle extrem weiter. Oh. Ich geh doch nach unten. Ja, ich wollte hier nur ausleuchten. Jetzt Eisen. Ja, nimm ruhig mit. Also du hast die Endertest, ne? Ja. Okay, bei wem bunkern wir dann das Eisen? Äh, können wir bei mir machen. Okay, dann kommt bei mir die Kohle rein. Wobei, warte. Bei dir ist das sehr sinnvoller, weil ich ja Kohle mit Kickstack noch abhaue. Haha. Dosh 1, Creeper 0. Noch. Das ist krass. Wir haben jetzt 5, 6, äh, 6, 6 Kohleböcke im Lager. Ja, und ich baue immer noch Kohle ab, ne? Ähm, 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 wie war das eigentlich in Folge fortgeschritten? Wir sind bei 60 Minuten. Oh, ich dachte, wir sind schon fertig. Ne, ne. Vertraust du etwa nicht in meine Künste auf die Uhr zu schauen? Äh, ab und zu aber nicht immer. Ja, würde ich auch nicht machen. Warum ist ihr ein Huhn? Oh, hier ist Gold. Geht's noch? Ich werde hier von Zombie verkloppt. Er läuft einfach weiter. Warum hat das Huhn gerade Schaden bekommen? Das frage ich mich auch gerade. What the fuck? Mein Gott. Ich habe Minenschacht gefunden. Nein. Doch. Ich baue Kohle ab. Was finde ich? Minenschacht. Das ist doch ein schlechter Witz. Erstmal. Loll. Ja? Was ist? Ich werde jetzt erstmal die Höhle fertig erkundet. Weil ich glaube, das artet so sehr aus. Das artet immer aus. Äh, ich glaube, da oben ist ein Zombie-Spawner. Schauen wir da mal nach. Nö. Hier ist nix. Hier kamen gerade so viele Zombies. Nein, hier ist wieder nur die Höhle. Hi. Okay. Hi. Dann wieder nach unten. Ich glaube, wir sollten jetzt mal die Höhle erkunden. Das artet sonst aus. Sagt er und erkundet weiter. Tschau. Ich bin in der Höhle jetzt hier, ne? Der Minenschacht. Aber was habe ich dir gesagt? Der Minenschacht ist auf jeden Fall wieder drin. Ja, diese Minenschächte. Oh. Ich komme lieber in den Minenschacht. Äh, wieso? Ich habe einen Riss gefunden. Was hast du? Einen Riss. Nein. Doch. Nein. Weißt du, was ich würde? Was? Der Riss geht lieber in den Minenschacht. Nein. Nicht schon wieder. Also meine Damen und Herren, die nächsten 17 Folgen hängen wir wieder wieder rum. Schon wieder. Oh. Ich bin im Riss drin. Ungewollt. Was? Oh mein Gott. Du hast gesagt. Dir ist es aufgefallen. Alter, was du hier alles hörst. Zombies. Lava. Dito. Dasselbe kann ich hier auch sagen. Ich habe eine nächste Höhle gefunden. Okay, ich gehe hier irgendwie wieder rauf. Okay, jetzt haben wir auf dem Ende. Boah. Okay, das ist heftig. Ich muss mal gerade richtig hinsetzen. Die Fackel gerade der ganzen Minenschacht ab. Bei Lava. Wie viel Eisen hast du? Äh, ich habe nichts mehr abgebaut. Weil ich erstmal ausleuchte und ich habe keine Fackeln mehr. Hast du genug Fackeln dabei? Ja, ja, habe ich. Äh. Hast du noch das Giftspinnen? Nein. Normale. Schade. Aber gut, wir können uns erstmal treffen. Haben wir nur mit der Möglichkeit uns auszurüsten, denn die Folge ist vorbei. Okay. Danke. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.